Wenn ihr mich auf einen kleinen Corona-Walk mit ein bisschen Drohnefliegen im winterlichen Rieden am Riedener Waldsee begleiten wollt, dann bleibt dran und schaut euch den Vlog an. Wetter ist so okay, aber es wird auf jeden Fall spannend, wie immer. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube! Ihr seht mich hier am Riedener Waldsee in der Eifel, so ungefähr 20, 30 Kilometer von mir entfernt zu Hause. Und ich bin ein bisschen Drohne, ich habe ein bisschen Drohne geflogen hier im winterlichen Wald, in den winterlichen Feldern. Da gibt es nachher einfach richtig schöne Aufnahmen. Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann ich auch gleich meinen kleinen Corona-Walk machen. Und zwar den Riedener Seefahrt. Das ist ein kleines Traumpferdchen, 5, 6 Kilometer, passt also genau ins Portfolio rein für so einen Corona-Walk. Und da mache ich euch direkt ein paar Aufnahmen mit ein paar schönen Drohnenaufnahmen hintendran. Alles in 4K, 30. Und der Osmo Pocket hat ja auch noch ein Update bekommen, dann testen wir das auch schon mal. Beziehungsweise der Pocket 2 hat ein Update bekommen, dann testen wir das auch mal rein. Aber jetzt geht es im Grunde genommen los. Wir gehen da oben über den Berg drüber, einmal hinten rum und dann kommen wir am Walze wieder raus und ich mache ein paar schöne Aufnahmen für euch. Also. Wir gehen da oben über den Berg drüber, einmal hinten rum und dann testen wir das auch mal rein. Und als allererstes geht es hier mal richtig straff den Berg hoch. Also. Daher geht es aber nur noch runter. Der Osmo Pocket trackt mich also auch ein bisschen. Nicht so schlecht. Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war gar keine so gute Idee hier oben lang zu gehen, das ist auch richtig angefroren und glatt und ja ich muss da richtig kämpfen, dass ich mich nicht aufs Ei lege, habt ihr gerade gesehen, da geht es richtig eisig den Berg runter, aber jetzt habe ich es gleich geschafft, dann sind wir da unten am Riener Waldsee, das ist auch gar nicht so einfach richtig was schönes zu filmen bei diesem diffusen Licht, da hatte ich am Anfang, wo ich mit der Drohne geflogen bin, ein bisschen mehr Glück, da war noch ein bisschen blauer Himmel da, oberhalb von Rieden und ja, mal gucken, was es noch gibt, unten am See wird es sicherlich noch ein paar Aufnahmen geben. So you kissed a girl just cause you wanted to Now thinking about what she made her do She started Doing her hair and makeup Oh just for you Only because you kissed a girl when you wanted to Only because you kissed a girl when you wanted to You think you're young and smart Got no responsibility in this world So Leute, das ist eine wunderbare Stelle für eine Abmoderation, sie haben am oberen Ober, also diesem Teich oben, oberhalb vom Waldsee in Rieden, wir gehen gleich noch runter zum Waldsee und ich lasse dann auch nochmal die Drohne unten fliegen und mache nochmal ein paar Winters Wunderliche Aufnahmen mit der DJI Mavic Air 2 vom Riedener Waldsee, aber schaut mal wie dieser Kontrast hier von dem Schilf, dem Wasser und dem Schnee, da mache ich jetzt gleich nochmal ein Bild mit dem Iphone, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, heute sozusagen Synergie Effekt, einmal Corona Walk, dann Drohne geflogen und den Osmo Pocket, den Pocket 2 ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich mal wieder gelohnt raus zu gehen, Leute geht raus, Auch auf Instagram, ganz wichtig Leute, folgt nur auf Instagram, da haben wir noch ein bisschen Potenzial und dann seht ihr auch mal live, was so zwischendurch alles passiert, Hashtag Corona Walk auf Instagram, ist momentan ganz weit vorne, da machen eine ganze Menge Leute mit, also Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Dieser Vlog wird schon auf meinem neuen Mac Mini M1 geschnitten werden, voll in 4K, 60fps, also 30fps runtergerendert, da gucken wir mal wie das Teil performt, da machen wir natürlich auch ein Video zu und jetzt mache ich mich nach Hause, weil gleich geht der Livestream los, ciao! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!